Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Michael, Mike, Franz, Josef Karl, Anton, noch einmal Karl, der Erste von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, melden uns zurück von unserem wunderschönen Urlaub in unserem Land in Österreich. Wir haben ein bisschen geschaut, was ist los, wir waren natürlich auch ein bisschen spaden, unter anderem am Wörthersee, es war sehr schön, es hat uns auch sehr gefreut, dass wir dort waren, und wir haben natürlich geschaut, wie geht es unseren Untertanen. Und es geht ihnen gut, den meisten zumindest, das Wetter ist perfekt, der Umsatz passt, die Hitze steigt, was natürlich auch eine negative Seite hat, denn manchen steigt die Hitze wohl zu Kopf in den letzten Wochen. Lügengeschichten, Intrigen, Geldgier, ganz eine komische Geschichte, vom kleinen Mann, der glaubt, das ist schon ganz groß, bis hin zu Politikern, wenn man da in der Zeitung so liest, es wird einem ganz anders. Darum wollen wir jemanden unterstützen, und zwar die Schwarz-Gelbe Allianz, unter anderem auch auf Facebook zu finden. Die haben geschrien, sie brauchen Unterstützung, und wir sind da, ihr sucht einen neuen Kaiser, hier sind wir, wir sind bereit dafür. Auch wenn wir heute die Gala-Uniform nicht anhaben, die ist uns etwas zu heiß, sondern wir haben quasi das Haus-Outfit an, wir sind bereit für diese Tätigkeit, und in Wahrheit, seien wir uns ehrlich, ohne Kaiser läuft momentan gar nichts. Aber das ist eine andere Geschichte, ganz wichtig, wir wollen heute einen lieben Freund von uns unterstützen. Schaut her, es geht. Und die Funky House Brothers, genau um diese Formation geht es, ist zwar nicht ganz meine Musikrichtung, diese Knopfballdrucker und immer bumm bumm und laut, wir als Kaiser sind ja Queen-Fan, wie man weiß, Monarchie. Also die Funky House Brothers brauchen unbedingt Votes oder Likes, wie man so schön sagt, weil die wollen einen bestimmten DJ-Contest spielen, und dazu muss man ein bisschen Vitamin B um, quasi. Ohne dem geht es leider auch in Österreich nicht mehr. Also ganz wichtig, die Funky House Brothers unterstützen, und eventuell die schwarz-gelbe Allianz, die vermutlich jetzt auch nötig. Und nicht vergessen, Freunde, überlegen, was man sagt, zu wem man was sagt, wie man was verspricht. Wir sind Käfer, wir versprechen nur Sachen, die wir auch erhalten können. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen, in altgewohnter Manier. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Und nicht vergessen, brav sein und ehrlich bleiben, ganz eine wichtige Geschichte. Vielen Dank.